Am 20. Februar 2023 ist es soweit. Zum 200-jährigen Jubiläum des organisierten Kölner Karnevals führt der Rosenmontagszug erstmals über die Deutscher Brücke und verbindet das Rechtsrheinische mit dem Linksrheinischen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Bilder generieren wird, die um die Welt gehen wird und für unsere Teilnehmer ein ganz besonderes Erlebnis wird, wenn sie hier auf dieses wunderschöne Panorama zu gehen.